hat er wollte als mit 43 sehen aber ich habe kein 43 hat er damals nachgeguckt und ja 77 trainer hat sich nichts zu schlagen ich bin als trainer wie du weißt ja trotzdem ohne probleme gepackt da bin ich mir ziemlich sicher wie kino so vor allen dingen nicht nicht mit kino so und jetzt schon erledigt wenn man dann hier noch jetzt aber der will sie muss jetzt nicht mit meditale nochmals in europa gehen können also ich glaube das ist immer täglich zufällig dass der um die die zahl haben müssen das level haben aber ich habe eh nicht viele pokémon nicht gefangen die die jungen fahren muss und fürs team und alles rum und dran sekundäre und das war es auch ich reiche die sie ist ansonsten mit sicherlich zu empfangen müssen hier reicht es ja wenn du einfach siehst schlag vor 34 flink auch noch mal und auch wieder sehen keine süße schlag ziemlich das hier muss ich die niederlage akzeptiert akzeptieren musst du so immer die bären hier und wieder muss man ja noch ein trainer und zwei handel werden die brauchst du ja eben mit da nicht naja alles gut hier ist noch ein item o o thema 81 kreuzschere ist eine starke käferattacke guck mal gerade nach oben ein pokémon haben dass es lernen kann hier so ein trainer ich weiß ich sehe ihr habt ihr noch mitgenommen man beteiligt mich als trainer die fähigkeiten die man in diesen titel eingebracht haben der trainer um dies habe ich noch gesehen keine sorge starria wir haben sie bis jetzt alle ohne probleme mit klein gekriegt in einem angriff und gira fahre dieses pokémon kommt ja begeistert hatten wir uns nicht an das war im zwischen pokémon hat aber den bei typ normal und dementsprechend nicht mit geistert hatten triff war ich glaube es gab es gibt sogar ein item wo es geht tatsächlich oder was andersrum ich weiß gerade nicht so daran gucken wir mal noch den einen trainer hier oben den habe ich mich fast vergessen dann wird sie machen also park ist es nicht fair dass sie davor eine pokémon sammler wie mir dorthin darfst du hast keine ahnung 20 schritte oder sowas bist du da naja keine sorge die klima trotzdem den kleinen kollegen da das haben wir dann hier ein wie heißt das ich hippo potas die politik war glaube ich die weiterentwicklung und das kleines ist es die pokémon das auf wiedersehen mein erstes mal dass wir kp verlieren durch die scheißandsturm noch eins jetzt hast du lass mich raten was er nach dem hypotherus oder dass du noch mal eins da gibt es ja glaube ich auch sogar eine männliche und eine weibliche form das ist ja das herzen schweif dann ist es ja weiblich jetzt haben wir es gewonnen ohne problem dankeschön ja und tschüss so ich gucke nach habe ich auch noch was haben will haben wir nicht alles klar gut gut dann ist ja noch mal also park eine neue anfänge und wir sehen es in der nächsten folge wieder war es bleibt pokémon und strainer diamante und da dann geht es weiter mit dem namen also und dann hoffe ich das war in der nächsten folge vielleicht sogar noch lege ich starten können bis dahin und auf wiedersehen jojo liebe leute herzlich willkommen zu den letzten pokémon strahlen an dem mann wir sind am haben also park und ja heute gibt es immer wir kamen auf legis dieser art soll in einem besonders verhältnis zur anderen regierung bei kanto oder höhen stehen auch bei den untergrund höhlen scheint er auf eigenartige weise verbunden zu sein ich habe sie ja schätze aus wenn du dich unter die erde begegst ich habe schätze aus wenn du dich unter die erde begegst und dann entdeckt sonst noch etwas neues wer weiß von mir helfen diese von dem video wiederum zu treffen rätselhaften bedingten begegnungen weil die das im hinterkopf schön dass du uns besuchst jetzt und dann stelle ich diesen pokémon für deinen pokémon als die pokémon pokémon erzähler die app auf dem pokémon ich werde noch eine weile in ewig genau bleiben hier kann ich die zeit gut nutzen und die pokémon der sinne und studieren ich hoffe dass wir das können ich hoffe dass wir jetzt was können ich bin exakt weil ich ja eigentlich seltenen pokémon begegnen wollte allerdings habe ich nicht damit gerechnet der rätselhaft ist auf die tägliches gefühl für zeit und traum kann ich kaufen glaube ich noch 14.000 gerade habe ich noch zehn stück nehme ich mir jetzt mit so ist dass ich weiter komme ich hoffe das war jetzt heute was man schaffen können die platteneintauschen ich brauche diese scheiße enigma fragmente dann können wir nämlich die tägliche aus diese dinger brauchen wir tatsächlich um uns weiter was zu suchen erkläre ich euch gleich kann man also park ist eine wahre freude trainer pokémon sieht die volle einfach bei der sache weiß es gibt dass man pokémon ich noch die zu gesicht bekommen und sie mit die bezeigen falls es an sie gelangt mal überlegen ein pokémon das nicht anders als den leben langen tag ist anders als essen und schlafen ich das pokémon auch gleich achtet haben liegt mir auf der zunge immer zwischen relax so in den grotten regler mit stocker platziert sie wollte bedeuten haben ja eigentlich war jetzt gedacht ja wir machen es jetzt aber wir müssen tatsächlich jetzt noch mal in den untergrund eigentlich wollte ich jetzt machen wir machen das nächste folge mit dem mit dem untergrund ich hoffe dass ich die dann findet diese enigma planten platten das ist das problem jetzt gerade weil eigentlich wurde ich nämlich die regis zeugen war jetzt eigentlich der plan an der sache bei ähm immer 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 man man strahler die amt hatte so ich muss gerade kommen so so ich muss jetzt gerade so Okay. Okay. Ich verstehe. Gut. Alles klar. Gut. Wir haben das Event quasi mehr oder weniger schon ausgelöst. Diese Enigma-Platten findet ihr tatsächlich im Untergrund. Also dann machen wir gleich. Komm ich jetzt hier rein? Ne, ne? Ach, ich brauche doch, ich müsste mich jetzt an den Typen anmelden. Du bist ein gewisserer, ein ziemlich starker Trainer, sonst hätten sich die Hammer-Nase-Rosen sicher nicht hergeführt. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier finden. Ich gucke mich hier gerade nochmal um. Diese Weisungskammer. Hier müssten wir tatsächlich rein. Hier hätten wir eigentlich die Regis fangen müssen. Also Regi-Stil, Regi-Rock und Regais. Soweit ich das richtig weiß. Und dazu brauchen wir diese Enigma-Platten. Und ohne diese Fragmente, die wir brauchen, können wir diese Platten nicht aktivieren. Ähm, ist ein bisschen blöd jetzt, dass ich euch das tatsächlich zeigen kann. Es war nämlich heute der Plan tatsächlich, legendäre Pokémon zu fangen. Was haben wir denn hier noch? Gefühlskammer. Was haben wir denn hier? Okay. 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 So. Ja, hoffen wir mal, dass wir das ohne Probleme finden. Mich nervt es gerade so ein bisschen. Ansonsten muss ich das tatsächlich mal ausgewühlen machen. Was haben wir denn hier noch? Ja, wir kommen eh nicht weiter. Regenbogenkammer. Oh, hoho. Das könnte sein nämlich, ne? Das hoho hier auftaucht. Ach, man. Ich kann nichts machen. Ich muss diese scheiße Enigma-Platten finden. Hm. Na, ist super. Hier komme ich wahrscheinlich auch nicht weiter. Was haben wir denn hier? Die Zerkammer. Ah. Die Allgabe. Zum Beispiel Palkia. Aber da kommen wir auch nicht weiter. Cool. Also hier kann man tatsächlich Legis fangen. Ohne Ende. Aber ist halt das Problem. Wir brauchen diese Platten. Und ohne die ist hier gerade Ende empfangen. Im Gelände. So wie ich das gelesen habe. Sind das tatsächlich die legendären Pokémon. Die ersten vier Generationen. Sprich, bis Pokémon Hard Gold, Soul, Silver. Also auch Raiquaza, Archeogra, Grouda. Und wenn ich es richtig im Kopf habe. Und auch. Solltet ihr hier finden können. Ohne das jetzt mit garantiert. Ich weiß jetzt gerade nicht genau. Ich bin Pokémon schon seit mein Leben lang. Aber wie gesagt. Ich weiß nicht genau, welche legendären Pokémon davon. Also Muto auf alle Fälle. Ähm. Ich habe auch nicht alle Editionen gespielt. Na ja. Okay. Dann können wir jetzt hier tatsächlich nichts machen. Dann müssen wir tatsächlich erstmal in den Untergrund. Äh. Bisschen jetzt blöde gemacht. Aber es ist nicht änderbar. Dementsprechend werde ich mich jetzt hier in den Untergrund ablassen. Ähm. Äh. Dann gehen wir mal rein. Äh. Äh. Warte mal. Äh. 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 also ich habe hier mehr exon account angelegt ich hoffe dass ich den ohne jetzt probleme starten kann und ohne durch ohne volle durchkomme dass das internet jetzt natürlich nicht ich habe tatsächlich keine online phase kein online links abbrechen ich muss das tatsächlich jetzt so okay dann probieren wir es heute also wir müssen jetzt nicht mal fragmente finden wir hoffen war dass wir jetzt ohne probleme finden versprechen kann ich euch nicht dass wir auch an die welche finden drei objekte gefunden vielleicht haben wir ja ein bisschen du jetzt weiß nicht wie die dinge aussehen ich habe das teil noch nicht gesehen das könnte nicht mal fragment sein tatsächlich immer glück haben das könnte eins gewesen sein also ihr braucht also quasi den kompletten den nationalen decks und dem ist professor reich in dem dinge angesprochen haben dann könnt ihr tatsächlich ihn nicht mal fragmente auf finden also die könnt ihr nicht direkt auf an dem finden wir müssen ein bisschen was tun vorher sind drei items hier zu finden aha da ist wieder irgendwas was wir haben was wir gefunden haben ein donnerstein okay das habe ich was erkannt an den digma fragt mit elster wir haben doch schon eins und eine edelsteintruhe was haben wir denn gefunden eine stoller statu okay deko kram also so hier könnte noch mal weiter gab wo ich kann jetzt ja nicht einfach hier oben ist noch irgendwo ein item hier wüsste warum was ja da sieht irgendwas so gefunden und wieder ein den digma es ist dürfte kein sein oder könnte ja vielleicht haben wir doch ein bisschen glück dass wir tatsächlich was finden vielleicht haben wir ein bisschen dusel dass wir was finden also wie gesagt wir haben ja schon irgendwas gefunden ich muss nur gerade gucken wo die stelle dritte stelle ist aber ich befürchte das was ich finden jetzt ist nämlich die wand eingebrochen haben wir aber irgendwas gefunden auf jeden fall eine pupas wäre okay noch nicht und noch eine weitere edelsteintruhe was haben wir diesmal wo eine psianer statua ich liebe psianer meine fast lieblichst liebte evo die entwicklung und hier mit diesen diktas die immer mal wieder auftauchen alles drum und dran habt ihr eine möglichkeit die diktar punkte zu finden es gibt diktars und diktris diktars die sind ja und diese leiste gibt es ein punkt und diktris geben drei punkte und wenn ihr 40 punkte zusammen habt habt ihr für die nächsten vier möglichkeiten vier minuten erhöhte chancen die legmark fragmente beziehungsweise kisten zu finden und das erleichtert so ein bisschen das farmen aber wie gesagt garantie das ist ja besser ich habe zwei punkte wie gesagt wenn man sich finden natürlich mehr aber aber es ist cool gemacht auf jeden fall ist wir müssen es halt jetzt suchen ist es also das ist ein trainer ich bin zusammen da wo kann man das eben gefangen habe gerade ziemlich selten ok gut so ich muss gerade gucken wir sich hier hoch kommen oder hier musste irgendwo doch ja hier zwei objekte haben alles klar da ist irgendwas drin das das sieht aus wie ein fossiler oder was ist dann sie das ist ja auch die krippung oder richtig sehen was ist okay das ist was anderes ich weiß nicht was ich jetzt sein könnte ich muss jetzt gerade versuchen aber glück haben wir uns weil das ding finden die zweite stelle finden ja hier unten diese aber das ist keine ding mal fragt man das ist eine pupa sphäre wieder bitte blaues wäre auf jeden fall ja das wäre oder so ist glaube ich als spirit kerr okay das ist tatsächlich doch für krippung in die groß wäre es ist das spirit kerr für krippung zu kriegen um bis dahin ja komme ich vor flow in die furie ist und nicht dieser komische turm da ist wieder ein dicker 3 sind vier objekte sogar muss ich zufall jetzt noch was finden ich habe noch gar nicht keinen ansatz jetzt ist irgendwas gefunden aber nichts interessantes gerade ja so schwierig aber auch nichts wirklich wichtiges die welt wird einstürzen scheiße ich habe mal gefunden in die groß wäre und eine weiß wäre gut jetzt muss ich mal gucken ob man auch irgendwo den weg finden dass wir weitere dinger finden ich habe jetzt hier soweit alles abgegrast ich muss jetzt mal kurz dass ich da hoch komme die stelle rauben durch dann kann man nämlich weiter nach oben ich habe mich sonst hier nichts mehr könnt ihr habt ja oben die links die karte die wird sich jetzt gerade auch um den weg zu finden ich mag mich so so also ihr findet ja immer wieder seltene pokémon und hier oben ist noch eine stelle oder ja was haben wir denn hier drei objekte dann haben wir heute wieder ein bisschen untergrund ist also ich kann es jetzt eh nicht ändern ich habe auch nicht die passenden items dafür oder kiste ja so wieder nichts findet die drei objekte aber wahrscheinlich hier unten drunter unter dem ding ja da haben sie alle drei gefunden eine pokus wäre eine in die groß wäre und das ist eine coole jetzt ein cooles weiter mit der kiste edelstein troer das würde es jedenfalls es ist eine der pudork statu okay das liegt jetzt hier durch weil hier oben ist wieder eine stelle hier man muss auch immer gleich finden das haben wir diesmal vier objekte es ist wieder eine kiste das feurige ist wieder eine feuer starke feuer statu und da oben sagt die nächste das ist eine große könnte dann noch was sein hier das ist noch ein objekt ich glaube nicht ich glaube nicht es fehlt auch immer ein objekt ich hatte mal keine ahnung was es ist es hätte auch den weg mal freud man sein können die groß wäre ja das wäre es und jetzt irgendwas feuer jetzt mal gucken was wir haben habe ich ja mal das ist ja um den dekorau es ist eine family statu erstmal cool so dann kommen wir mal da hoch wir haben wieder eine stelle gefunden habe ich nicht sehen können was wir suchen müssen moment moment ich bin sofort katzen halt so so jetzt haben wir mal meine katzen versucht gerade zu machen da ist irgendwas ach das ist schon mal so ne ich brauche keine ja das wäre ich brauche ein ding ich brauche eine enigma-fragmente ich brauche Fragmente da ist wieder irgendwas aber was wichtiges sogar nur zwei objekte waren es ok nichts allzu wichtiges gut ich mache jetzt auch noch hier zu Ende also was heißt zu Ende ich hole mir da oben das ding noch und dann hüpfen wir wieder hoch in den äh gehen wir wieder hoch so drei objekte sind das diesmal ich treffe aber auch nur auf mit ich treffe aber auch nur auf mit ich treffe aber auch nur auf mit